Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Raft. Ui, da kommt er. Er beißt gleich noch nicht an. Ich hoffe, der Fisch beißt vor ihm an. Ja, wir fischen hier ein bisschen und hoffen, dass der Haifisch nochmal den... Ist der Köder kaputt? Na, da ist er, ne? Dass der Haifisch sich noch schnell umbringen lässt. Da kommt er. Aber leider nicht dahin, wo ich es gerne hätte. Den kann man so nicht pieksen. Geht nicht. Der schwimmt zu ticht im Wasser. Scheiße. Und ein ekelhafter Nebel macht sich breit. Da möchte man sich am liebsten in seine Kajüte zurückziehen. Und ein bisschen Fernsehen schauen, ein bisschen couchen. Naja, das gibt sie nicht. Fernseher gibt es nicht, aber eine Antenne möchte ich dann jetzt bald bauen. Und diesen Funk, diesen Center, diesen komischen, das hätte ich gern. Und ja. Ich glaube, ich werde doch die Kajüte ein bisschen ausbauen. Ich werde das umdesignen. Ja. Mal schauen. Hi, Haifisch. Uhu. Da, da. Der wiescht denn so nicht. Das ist gemein. Beiß mal an hier. Hallo. Lass dich umbringen. Oder beiß das Floß an. Wäre mir noch lieber. Na, du nicht Eier legen wollendes Mistfisch. Hallo. Ich will dich vernichten. Damit ich endlich ins Wasser kann. Weil ich darf nichts verkummern. Ah. Hä? Nein. Nein. Hallo. Du da. Ja, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Er pirscht ab. Jawohl. Haben wir ihn? Wart. Noch immer nicht. Da kommt er jetzt. Vielleicht erwische ich ihn jetzt mal. Jawohl. Okay, mit dem klappt es gut. Mit dem Eisenspeer. Mit dem kann man gut Damage machen. Da kann man ihn auch, wenn er auf einen zuschwimmt, in Superglas eine reinhauen. Das geht mit dem Holzspeer scheinbar nicht. Wahrscheinlich, weil der Holzspeer zu wenig stabil ist, denke ich mal. Hat es wehgetan. Habe ich dich jetzt mal gebissen? Mistfisch. Komm nachher. Ich mache die platt. Jetzt bin ich voll motiviert da. Bis er mich irgendwann selber wirklich frisst, ne? Huch. Das wollte ich jetzt nicht. Ich erwischt ihn nicht. Verdammt. Wann habe ich ihn jetzt doch erwischt? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Weil er... Wupp. Ich will aus dem Wasser raus. Weil er gerade so komisch schwimmt. Lebt denn der Haie köht er noch? Ja, ich glaube da ist er. Hallo? Fischi, Fisch. Weil mit dem Haken hier geht es jetzt mit den Ernten normalerweise leichter. Also hoffe ich. Mal Schrott brauchen wir einen Haufen. Weil die Uhr möchte ich auch noch basteln. Ich möchte viel basteln. Oh, ja. Das wird anständig. Hi, Fisch. Hallo? Fisch? Da ist er. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ich glaube ich muss wieder ins Wasser, ne? Ja, komm hier. Ja, komm hier. Ja, komm. Und? Au. Oh, ich wusste. Er erwischt mich doch noch. Ups. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich ihn erwischt habe. Ich glaube nicht, ne? Das war 1 zu 0 für ihn. Aber es wird schon wieder dunkel. Gut, dann gehen wir schlafen, würde ich sagen. Noch schnell einen Schluck trinken. Vor dem Schlafen gehen. Dann wird man noch aufstellen müssen. Pieseln. So, gute Nacht. So. Da sind wir wieder. Noch ein Schlückchen. So, gleich wieder unsere Sperli. Fischi, Fischi, Fisch. Da ist er. Vielleicht habe ich... Vielleicht habe ich ihn ja auch gar nicht wirklich getroffen. Doch schon, oder? Boah, das ist zu dunkel. Das sollte ich vielleicht nicht machen. Kann ich mir jetzt einen neuen Haifischköder basteln? Äh, hier. Nein. Rohr, Hering und Dings. Ich habe genau die verkehrten Fische. Aber den Lachs könnte ich rauf gehen, braten. Das könnte ich machen. Den könnte ich wegbraten, derweil. Bis wir hier noch eins... Ah, das ist noch gar nicht fertig. Weil ich vergesse, den blanken nachzufinden. Hier auch. Zack, 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 zack. Keine Federn drin. So, den tauschen wir um. Da haben wir jetzt schon eine rohe Makrele. Gut, die brauchen wir, glaube ich, hierfür, ne? Nein, Hering und die Sebrasse. So war es, genau. Aber die beiden... Warte, das ist so Makrele. Ah, da oben die Makrele. Jawohl, die beiden sind doch das hier, ne? Ah, da brauche ich ein Ei dazu. Und Milch auch geht viel. Das kann ich noch gar nicht kochen. Ha! 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 Äh, ja. Ich weiß, dass der noch da aufpasst. Dafür muss das jetzt einmal zuerst weg da. Das da. Da. Dann tun wir mal Rüben essen, ne? Mahlzeit. Nom, 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 nom. So, fertig. So, rauf auf den Grill. Den schönen Braten hier. So, zack. Weg essen. Speer raus. Zack. So. Ich glaube, der Haifischköter ist... Da liegt er noch. Aber es ist mit dem Hai los. Hallo. Haifisch. Ihr habt nicht den ganzen Tag Zeit. Kuckuck. Ihr würdet euch schon gerne mal jetzt mal hier abernten. Hallo? Da ist er. Jawohl. Erwischt haben wir. Ich werde mich jetzt ein bisschen fressen lassen, fürchte ich. So. Aber das geht ja viel besser, ne? Da ist er, oder? Ich ruf mal raus. Me? Da ist er. Uh. Au. Ja, tut weh. Kann nichts machen. So, dann trink mal einen Schluck. So. Scheiße. Komm, da ist ein Köter. Hallo. Au. Ich habe gedacht, das kann ich jetzt ganz elegant machen. Nichts mit elegant. Ich sollte aufpassen. Ich bringe mich noch um. Auch noch, wenn es so weiter geht. So, okay. Nur die Ruhe. Ja. Mann, das nervt. Da ist ein hübscher Köter. Hier. Würdest du den mal anknabbern? Wo auch immer du bist. Schau. Tatsächlich. Ah. Jetzt ist er gleich hin. So. Und schon schnell. Würdest du? So. Hammer. Ja. Noch mehr? Mehr geht nicht, ne? Passt. Sehr nice. Endlich haben wir es geschafft. So. Also. Da haben wir auch schon die ersten Erze. So. Platztechnisch. Ui. Gar nicht viel. Gar nicht viel. Da muss ich nochmal hoch. Verdammig. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich gar keinen Platz mehr habe. Das ist nicht gut. So. Stacken. Ausnahmsweise das auch noch hier rein. Und, 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 und. Ich habe für nichts Platz. Äh. Das kommt hier weg. Mach rein da. Das auch hier rein da. Und den Stein auch hier rein da. Da kann man es decken. So. Und das auch noch. War's jetzt schnell. Schnell, schnell, schnell. Hui, Platsch. So. Schnell, schnell, schnell. Erzis, wo seid ihr? Meine schönen Erzis, wo seid ihr? Ja, la, la, la. Schöne Erzis, la, 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 la. Keine Erze weit und breit. Was ist da? Nix. Bin ich schon am absaufen? Noch nicht. Ja, Herrschaftszeiten. Ich bin ja schon schön tief. Jetzt müsste ich da schon mal hochtauchen langsam. Hm. Ja, ja, bin schon oben. Gerade, warte, jetzt kannst du Luft holen. Geht ja. Pluck, passt. Na nü. Gibt es hier gar keine Erze? Ich bin schockiert. Zwei Kupfer? Ist ein bisschen wenig. Hm. Das kann ich jetzt fast gar nicht glauben. Das kann ich jetzt echt nicht glauben. Gibt es hier nicht. Bbbbbbbbbbb. Hä? Ernsthaft? Das gibt es hier nicht, oder? Das ist jetzt echt gemein. Jetzt hat man da mal endlich eine Insel. Verstehst? Und dann hat man kein Erz. Oh, da ist was. Hä, was war denn das jetzt? Sehe ich vielleicht. Oh, ich muss auftauchen. Oh. So. Okay. Dann brauche ich nicht zu tief tauchen. Das bringt sie nämlich nichts. Scheinbar. Ja, ja, da sind schon genug Erze. Kupfer haben wir wieder da. Aha, ich glaube, bei mir ist die Sauerstoffflasche hin geworden. Kann das sein? So, tauchen wir es wieder auf. Jetzt wird der Haie gleich wiederkommen. Ja. Und die Schwimmflossen sind auch gleich kaputt. Gott sei Dank. Die Muschel nehme ich nicht mit. So. Ah, kommt der Schwimmflossen daheim? Ah, der ist tatsächlich schon wieder da. Ja, ist wurscht. Der soll den Köder hin machen. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, die Steine hier noch zu mitnehmen. So. Jo. Es ist hier sehr... sehr mau. Können wir eigentlich schon wieder abhauen. Die Insel hat sich jetzt nicht so gelohnt. Ich bin enttäuscht. Naja. Dann würde ich sagen, wir hauen hier ab, ne? Boah. Ankerlichten. So. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ne? Zur nächsten Insel, weil das hier war. Nicht so brickelnd. Gut, wir sind hungrig, wir sind durstig. Gut. So. Ein lecker Fischi für uns. So. Mahlzeit. Nom, 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 nom. So. Die können wir schön braten. Hoppala. Die können wir braten. Und dann noch eine gute Rübe dazu. Schön. Gut. Wir haben Ton. Das ist gut. Dann kann ich gleich hier die Schüssel machen wieder. Dann können wir gleich unseren Eintopf hier. So. Mal schauen, ob der jetzt, ob der besser schmeckt. Aber ich glaube nicht, ne? Nein, ich glaube, das ist egal. So. Kartoffel. So, so. Und so. So. Hoi, der K. So. Unser Speerli ist schon bald wieder kaputt. Metall habe ich jetzt nur zwei. Mann, das ist echt... Das war jetzt echt nicht viel. Kann ich mir jetzt einmal einen neuen Speer, glaube ich, damit machen. Geht jetzt halt einmal das aus. So. Da la. So. Da la. Was haben wir denn noch hier? Genau, Blanken brauche ich ein paar. Weil, ich glaube, da muss ich hier nachladen. Passt. Was für ein wunderbares Wetter. So. Farben haben jetzt, glaube ich, mal genug fürs Erste. Falsch. Fast richtig. So. Ah, Rot könnte ich noch ein bisschen machen. Rot. Falsch hier. Rot könnte ich noch ein bisschen machen. Farbenmäßig. Passt. Gut zu wissen. So. Sind das jetzt wohl fünf? Ja. Sehr, sehr gut. So. Dann können wir nämlich unser schönes, unser schönes Floß noch ein bisschen mehr verunstalten. So. So. Ja. Wenigstens sitzt man hier ein bisschen im Trocknen, bis auf die Füße. Die klingt da immer nass, aber sonst... Alles gut. Unser Winkelkatze. 88 Tage haben wir überlebt. Das ist sehr gut. So. Gut. Ich wollte ja bauen, weil ich dachte, wir haben eine supergeile Insel gefunden. Den Netzwerfer, wo ich mir aber gar nicht sicher bin, ob das auch klappen wird. Und ich nehme mir mal die Sachen hier raus. Auch einen Nagel nehme ich mir mal schon mal raus, weil da wollte ich eine Trophäe machen. Jo. Da hätten wir noch ein bisschen Kupfer. Das können wir auch noch machen. Schmelzi, schmelzi. So. Oh. Hä? Wo? Hä? Ah, da. Hat das jetzt hingehauen? Oder hat er mir jetzt wieder was weggefressen? Ja. Hat er. Sehr gut. Die Kiste mit den Samen. Gott sei Dank. Sehr gut. Alles weg. Und das Bett auch gleich. Der mag es nicht, wenn wir was zum Schlafen haben. Das ist mistfähig. Gut. Dann werde ich trotzdem versuchen, den Netzwerfer jetzt zu bauen. Viel Plastik brauchen wir jetzt noch. Okay, wir haben es nicht Platz. Das ist wieder ein Problem. Wenn wir die Schüsseln mal wegtun. So geht's jetzt. Also, der Netzwerfer gebaut. Da möchte ich dann auch gleich probieren, ob es geht, die Möbel damit zu fangen. Dann sowas wie das hier geht eh nicht. Aber eine leere Flasche möchte ich bauen, weil ich brauche eine neue Sauerstoff-Dings. Kunststoff, eine leere Flasche, Seile brauchen wir. Dann Klipper brauchen wir einen Haufen. Da brauchen wir einen Haufen, Haufen. So, dann kann ich hier reintun. Das kann man hierher tun. Äh, wir haben einen Klipper schmelzen. So, blanken, 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 blanken. So, passt. Gut. So, wieder den Netzwerfer raus. Ihr könnt auch mal einen größeren Inventar brauchen, ehrlich gesagt. So ein Rucksackerl wäre nicht schlecht. Ich habe auch keine Ahnung. Aha, da brauche ich... Für den Netzwerfer brauche ich auch einen Pfeil, einen Bogen oder einen Pfeil generell. Okay. Na? Für den Netzwerfer brauchen wir ein Netz, oder? Heißt das, ich muss da ein Netz bauen? Also, das Sammelnetz? Das macht dir keinen Sinn, oder? Äh... Macht das Sinn? Ich wüsste nicht, oder? Ich glaube, ich bin da ein bisschen überschrackt. Ja. Okay. Gut. Ich habe mir gedacht, ob man den Hei auch erschießen kann. Nö. Nein, das geht nicht. So, haben wir hier eine Insel irgendwo? No. Okay. Wie schaut es aus mit noch mehr von denen? Da brauchen wir mehr Steine. Das wäre überhaupt kein Problem. Steine haben wir hier mehr als genug. Äh... Kunststoff hätten wir auch mehr als genug. Dann machen wir mal kurz so. Jetzt würden wieder ein paar Blanken fehlen. wieder ein bisschen Kunststoff. So, dann fehlt wieder Stein. So, wieder Kunststoff. So. Wenigstens haben wir jetzt für Kunststoff eine gute Verwendung, ne? Wenn wir die Pfeile damit machen, passt das schon. So, dann können wir das wieder so herumtauschen. 30 können wir stacken. Mhm. Mhm. Aha. Da ist ja schon wieder das Mistviech. So. Haben wir unser Flößchen retten können? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Aha, wir sind schon wieder lustig. Ja, ja. Da haben wir jetzt leider nix drinnen. Ähm... Ja, ja. Jetzt reg dich ab. Mhm, 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 mhm. So, Prost. So, bist du jetzt zufrieden? Gnädigste. Trinkt noch ein. So, dann können wir das besser auffüllen. So. Pfeil und Pfeil und Pfeil und Pfeil und Pfeil haben wir jetzt genug. Glipper wird gerade hergestellt. Glipper wird gerade hergestellt. Da müsste man dann, glaube ich, auch schon genug haben. Moment einmal, muss ich kurz klubschen. Dann... Boah, was schmeißt denn du da weg? Planken. Aha. Balmblatt und Planken schmeißt du da einfach mal weg. Wenn sie meint... Kunststoff muss ich jetzt nicht haben, aber Planken wären schön. Nein. Also sind nur Balmblätter und Kunststoff, dann brauche ich es nicht. Okay. Irgendwie... Keine Ahnung. Egal. So, wir haben jetzt genug Seetang. Jetzt kann ich wieder ein bisschen Kupfer machen. Äh... Kupfer. Was wollte ich jetzt bauen? Äh... Eine neue Sauerstoff-Geschichte, ne? Das hier. Das hätte mir eh genug. Passt. Da wird gleich getauscht. Kunststoff habe ich hier keinen drin. Habe ich hier noch Kunststoff drin? Das habe ich verbraucht. Hier haben wir auch nichts drin. Dann kann ich den Kunststoff... Entweder... Ja. Kann ich eh gleich schon da nehmen, ne? So. Drei... Ach, was soll's. Nehmen wir es von hier gleich. Egal. So. Ähm... Sauerstoffflasche hergestellt. Passt. Wo haben wir sie? Da. Dann wäre noch die Flossen. Da bräuchte ich etwas mehr Seetang und ein bisschen mehr Klipper. Das habe ich jetzt, glaube ich, nicht, oder? Habe ich noch neun? Ja, ich habe noch genug. Okay. Dann kann ich da tatsächlich noch was herstellen. Dann kann ich den Kupfer mitnehmen. Dann kann ich den Kupfer wieder hier rein. So, passt. Von denen haben wir dann vier und eins noch. Dann passt das. Wobei, den Kupfer kann ich gleich mitnehmen. Dann kann ich den mit wegschmelzen. Jo. Passt. Hoppala, Entschuldigung. Oh, jetzt bin ich ganz arg am Mikro angestoßen. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Mir juckt die Nase. Jetzt wollte ich sie ganz elegant kratzen, aber das ist nicht gelungen. Haben wir hier ne Insel? Nach Möglichkeit mal ne vernünftig große? Niemals! Schön. Hervorragend. So. Gut. Was kann ich noch irgendetwas herstellen hier zum Erkunden? Leder wäre es mal schön. Wolle und Leder. Ein Ei wäre schön. Heilsalbe. Aha. Netzkanister. Aha. Da brauchen wir explosives Pulver. Kriegen wir das schon wieder her? Schmutz. Wiese. Ja, Wiese wären schlecht. Wenn wir dann nämlich die Schäfchen haben, damit sie auch was zu essen haben. Schmutz kriegt man, glaube ich, auf der Insel. Wenn wir Glück haben. Mit der Schaufel, wenn wir das, glaube ich, sammeln. Irgendwie so sollte das sein. Stimmt, ich habe gerade dummerweise meine leere Flasche geopfert. Ja. Meine Schlauheit ist unglaublich. Wie ist Fisch? Meine Schlauheit ist unvergleichlich. Passt. Gut. Fischen würde sich eigentlich auch wieder anbieten. Haben wir Platz? Nur für einen Fisch. Warte. Da werden wir zuerst schmelzen. Die Sachen. Und dann machen wir das. So. Eines nur. Genau. So. Wobei ich mir jetzt schon überlegen muss, ob es nicht schlauer wäre, statt den Flossen eine leere Flasche zu machen. Hm. Ja, ist, glaube ich, vernünftiger. Ist, glaube ich, schlauer. Leider Gottes. Leider Gottes. So, schön sortieren. Passt. Die Schüssel kann ich gleich mitnehmen. Den Netzwerfer kann ich daweil auch. Stimmt. Der ist eh ohne Munition, weil er brauche ich diese komische Dings noch dazu. Bringt mir jetzt eh nix. Sechse habe ich davon noch. Bringt mir eigentlich auch nix. Kann ich auch daweil bunkern. Bunkern. Das kann ich auch hier reinschmeißen. Jo. Traurig. Traurig. So. Die Schüssel. Unser Eintopf ist sicher fertig wieder. Sehr gut. Dann kann man auch gleich wieder neu maschen da. So. 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 Rein da. Und wir saufen das gleich wieder weg. So. So. Zum Gemüsekocher. Nehmen wir jetzt nur Zwiebeln. Also Rüben. Ist ja, gehen wir Zwiebeln. Nur Rüben. So. Nom nom nom. Den knuspen wir auch weg. Nom nom nom. Und den auch. Halt. So. Nom nom nom. Gut. Jetzt sind wir wieder einigermaßen gut genährt. Da ist immer noch keine Feder. Ne? Ne. Wie schauen wir hier aus? Immer noch Federn, aber kein Ei. So. Da in der Flasche will ich jetzt nichts zum Trinken. Ne? Nein, nein. Quietsch. So. Falsche Seite. So. Ja, mit dem Süßwasser. Trink mal gleich ein bisschen. Insel. 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 Sofort dorthin. Mit Badl. Wir gehen da rüber zum Anker. So. Und gehen wir. So. Badln, Badln, Badln. Die schaut doch recht groß aus, die Insel. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir abdriften. Nein. Schaut, glaube ich, noch okay aus. So. Getsche, getsche. Der Part ist auch zu Ende. Aber zur Insel schwimmen wir noch. Was kriegen wir hier? Die Insel ist sehr groß. Das gefällt mir, gell? Oh je. Oh je. Ich muss mir angewöhnen, hier noch eine Leiter zu bauen. Ah, 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 ah. So. 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 Maria. Oh. Sind wir da? Ich hoffe. So. Hui. So. Mist. Fisch. Echt. Hab ich ihn einmal erwischt? Ich bin mir nicht sicher. So. Und schon repariert. Eine neue Insel. Hervorragend. Und ich glaube, ich... Ja, ich kann auf die Insel hüpfen. Das ist sehr gut. Okay, ihr Lieben. Dann werden wir uns die nächsten Partieinsel anschauen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.